Hallo und herzlich willkommen zu KommstorTV. Hallo. Hallo Jens. Wo kommst du denn jetzt her? Von zuhause. Wie von zuhause bist du? Na, ich darf doch jetzt Homeoffice machen. Homeoffice? Da habe ich übrigens auch gerade eine Anfrage von einem Partner. Da geht es um die Realisierung von einem Homeoffice. Wie können wir das Thema Erreichbarkeit oder Zugang auf die Firmenwetzwerke auch abbilden? Kannst du mir dazu was erzählen? Ja, klar kann ich dir was dazu erzählen. Also du hast wahrscheinlich ein Telefon auf den Schreibtisch gestellt bekommen. Genau. Da kannst du sicher mit dem Unternehmen telefonieren, also mit dem Unternehmen kommunizieren. Also es ist quasi eine sichere Verbindung vom Telefon. Das ist aber das Wichtige ohne VPN-Client. Und trotzdem ist das Ganze verschlüsselt. Dann hast du auf deinem Laptop einen Jabber-Client wahrscheinlich drauf. Siehst du? Das ist ein Softphone. Das heißt, du bist irgendwo unterwegs, klappst dein Laptop auf, verbindet sich mit der Telefonanlage sozusagen, kannst du telefonieren. Aber nicht nur telefonieren, du kannst auch Video übertragen, kannst Desktop-Sharing machen. Das Ganze wieder ohne VPN, ganz wichtig, um die Bedienbarkeit einfach, um es zu vereinfachen. Und dann haben wir dir noch Single Number Reach eingerichtet. Das heißt, über deine Büronummer bist du überall erreichbar. Bei deinem Mobiltelefon klingelt also gerade, wo du gerade dich befinden musst, ja. Du hast gerade das Thema Sicherheit angesprochen. Wie wird das realisiert? Ja, neben der eingebauten Sicherheit in den Telefon, das ist also in der Collaboration-Lösung ein integraler Bestandteil. Da ist Sicherheit von Anfang an mit reindesignt worden. Darüber hinaus hast du dann noch einen AnyConnect-Client, mit dem du dich dann halt mit dem Unternehmen verbinden kannst und darüber dann quasi auf CRM-Systeme etc. zugreifen kannst. Der AnyConnect-Client ist einer der besten VPN-Clients, die ich kenne. Wie können wir aber unsere Collaboration-Partner beim Thema Sicherheit unterstützen? Ja, die tun sich immer ein bisschen schwer mit Sicherheit. Klar, die sind als Collaboration spezialisiert. Da können wir sie natürlich unterstützen im Pre-Sales-Bereich. Wir kennen uns da sehr gut aus. Wir setzen natürlich selber die Lösung ein. Und zum anderen haben wir, wenn es darum geht, Projekte zu realisieren, unsere Westcom Group Services. Und die haben natürlich auch umfangreiche Erfahrungen nicht am Collaboration, sondern auch am Security-Umfeld und können das Ganze dann gut kombinieren. Super, dann kann das Homeoffice für unsere Partner ja auch kommen. Und beim nächsten Mal, mein Freund, ja, das ist pünktlich. Und in der nächsten Folge erfahren Sie etwas über Web-Conferencing. Bleiben Sie neugierig!